Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Hi, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Montag, dem 24. August 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily, 875, heute mit den folgenden Themen. UBS, Apple Pay, Flight Simulator, Sirius 5, Fuxia und Spotify. Ich beginne gleich mit dem ersten Thema, doch bevor ich das herannehme, in der letzten Woche haben wir zwischen Montag und Freitag keine Folgen ausspielen können. Der Achim hat es nicht geschafft, hat dann aber für euch am Wochenende, sprich am Samstag und am Sonntag, also somit gestern, zwei Folgen rausgehauen. Heute kommen wir zu dem ersten Thema, was die UBS betrifft, nämlich im Laufe der letzten Woche war es endlich soweit. Eigentlich angekündigt auf April diesen Jahres, die siebte der zehn grössten Schweizer Banken, nämlich die allergrösste, die UBS, hat es jetzt endlich geschafft und bietet auch Apple Pay an. Aber nicht nur für die eigenen Karten, sondern auch für die Top Card, die sie zusätzlich noch rausgeben und auch weiteren Unterkategorien, wie zum Beispiel die Supercard, welche der Coop-Detailhändler rausgibt für seine Kunden, die das möchten. Auch Kreditkarten der VZ, Depobank etc. werden da von der UBS rausgegeben und die sind allesamt jetzt Apple Pay fähig. Das heisst, in den Top Ten fehlen jetzt nur noch Raiffeisen, welche eigentlich auch im Sommer diesen Jahres noch rauskommen wollten mit ihrer Lösung. Dann fehlt noch die, wie heissen sie, die Vodwas Bank, Vodwas, also die Kantonalbank von Vodwas und die letzte, die mir jetzt gerade nicht in den Kopf kommen mag, will oder wie auch immer. Auf jeden Fall, die meisten Schweizer Banken bieten mittlerweile eine Umsetzung oder eine Lösung an, zumindest über ihre Kreditkarten. Jetzt wäre mal der Weg frei für die Geschichten mit den direkten Kontoanbindungen. Aber mal schauen, was da kommt. Auch gibt es Neuigkeiten aus dem Hause Viseca, denn die haben jetzt auch weitere Karten ausgeliefert, die jetzt möglich sind. Also die Privatkundengeschichten sind ja schon länger möglich. Jetzt sind auch für die Geschäftskundenkarten die Möglichkeit gegeben, worüber die jetzt ihre Kreditkarten auch ausweisen können oder eben mit Apple Pay ausliefern können. Mein Gott, heute Deutsch wieder mal schwierig. Auch in der letzten Woche gestartet hat der Flight Simulator. Der eine oder andere von euch hat es vielleicht angeschmissen. Der eine oder andere hat es über bekannte Wege gekauft. Ich habe es mir über den Game Pass oder den Xbox Game Pass runtergeladen. Wer es komplett gekauft hat oder zum Beispiel bei Steam gekauft hat, der hat ja da grundsätzlich das Rückgaberecht für einen gewissen Zeitraum. Doof nur, wenn der Download schon mitzählt. Und der Download dieses Spiels ist ja nicht ganz ohne. 90 GB an Daten ging relativ schnell bei mir, aber bei anderen und weniger schnellen Internetleitungen halt ein bisschen länger. Und somit zählt das halt dann schon mit. Und wenn dann der Stream oder der Download noch abbricht, ist das ein bisschen doof. Aber ich glaube, so ein Spiel will man auch nicht zurückgeben, weil das gibt sehr viel Freude. Und ja, spielt es doch auch mal, wenn ihr Lust habt. Aktuell am besten und einfachsten finde ich mit dem Game Pass von Xbox. Für 1 Franken Ungrad bekommt man im ersten Monat und nachher auch irgendwie glaube ich 4,99 in Schweizer Franken. Ja, 99 geht auch bei Schweizer Franken. Kann man sich das pro Monat klicken und hat da den Flight Simulator drin zum Anspielen. Dann kommen wir weiter zu dem Smartwatch-Markt. Und da gibt es jetzt neue Zahlen zum ersten Halbjahr 2020. Und wer hätte das gedacht? Apple dominiert den Markt nach wie vor. 51,4 Prozent des Marktanteils gehört Apple. Dann an zweiter Stelle kommt Garmin, das Schweizer Unternehmen mit fast schon, jetzt ist nicht bös gemeint, lächlichen 9,4 Prozent. Und dann auf Platz 3 liegt Huawei, die ja unglaublich zugelegt haben im letzten Jahr, mit 8,3 Prozent. Mit lächlich meine ich natürlich einfach das Verhältnis. Es ist ja unglaublich, wie die Zahlen da abweichen. Vor allem, wenn man bedenkt, wie die Apple Watch zu Beginn damals ausgelacht wurden. Und ja, eigentlich lange, als ein komisches Gadget verschrien wurde und mittlerweile halt einfach so einen Riesenabsatz findet. Weiter geht es mit Fuchsia. Das Google-Betriebssystem, was in irgendwann nächster Zeit dann mal vielleicht kommen mag. Google hatte schon länger bemerkt, dass sie mit Android nicht den Stein der Weisen gefunden haben, aber auch nicht mit dem Chrome OS. Verbinden das Ganze aktuell auf kreative Art und Weise. Man weiss aber auch, dass Google schon länger an dem sogenannten Projekt Fuchsia, wenn ich es richtig ausspreche, arbeitet. Und hat da natürlich wie immer nicht wirklich allzu viel darüber gesprochen. Aber im Internet, auf der Webseite von Fuchsia, hat man ein bisschen ein kleines Update eingespielt, wo man rauslesen kann, was Fuchsia dann genau ist. Zum einen ist es ein Betriebssystem, das auf Sicherheit und Privatsphäre setzt. Aus dem Hause Google kann man machen. Fuchsia lässt sich leicht aktualisieren. Man hat also bei Android gelernt und wird nicht mehr den gleichen Fehler machen. Hoffe ich doch. Zumindest versprechen sie das da. Und das Ganze wird weiterhin auch auf Open Source liegen, wie so ziemlich alle Google-Geschichten. Und somit natürlich dann auch ziemlich schnell ziemliche Verbreitung finden, könnte ich mir vorstellen. Was es aber auch nicht ist, hat Google da verraten. Es ist nämlich nicht ein Linux. Es basiert auf einem eigenen Kernel, den sie coden, den Zirkon. Auch das hoffe ich, habe ich richtig ausgesprochen. Und Kernel, den sie selber entwickeln und somit eben nicht wie zum Beispiel Apple und all die anderen Betriebssysteme auf Linux und oder Unix setzen. Und Fuchsia ist auch kein Mikrokernel und es besitzt keine Benutzeroberfläche. Dennoch soll es keine Spielwiese für Entwickler und kein experimentelles Betriebssystem werden. Wir dürfen also gespannt sein und mal schauen, wenn es dann wirklich das Licht der Welt erblickt. Die nächste Google I.O. wäre ja dann, wenn alles wieder normal läuft und so weiter, dann natürlich im nächsten Frühjahr. Zu guter Letzt habe ich euch noch einen kleinen Tipp-Klick-Tipp auf daily.geekdog.ca in den Shownotes eures vertrauten Podcatchers oder wo auch immer ihr die Daily konsumiert. Da haben wir einen Link ins St. Galler Tagblatt, das beschreibt, wie Millionen Klicks an Künstler vorbeigehen. In diesem speziellen Fall an Schweizer Künstlern, weil Spotify und Co. da ziemlich komische Geschichten treiben mit irgendwelchen Labels, die anscheinend irgendwelche Rechte besitzen. Ziemlich, ziemlich unschön, wenn man das liest und einer der Gründe, weshalb ich selber eben nicht unbedingt Kunde dieses schwedischen Startups, Streaming-Anbieters sein möchte. In diesem Sinne, das war's mit den heutigen News. Ich wünsche euch allen einen schönen und vor allem einen erfolgreichen Start in den Tag. Ich gehe jetzt Lasagne essen, ja, zum Frühstück, ihr habt es richtig gehört. Und ja, bis bald, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.